Wenn der rufst 5 Minuten und zurück 5 Minuten, so ist er mir gut. Unten im Wald neben der Landezone. Das könnte Punkt noch sein oder so. Das ist schon mal viel wert. Wir waren schon mal hier, ein paar Sekunden. Ich glaube jetzt hier im Wald. Man weiß es auch nicht. Da passiert es. Nein, da passiert es nicht mehr. Kannst du so schwer ran? Wahrscheinlich bin ich trotz außer Atem weitergegangen. Das geht ja nach ein paar Sekunden. Ey, das ist ein Hubschrauber, Alter. Das ist nicht unserer. Ja, weil das nicht unserer, genau. Rente, wie lange du kannst. Lass uns mal hier hin, hoffentlich. Vielleicht kommen die hier. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Dass die nach uns gekommen sind. Sonst hätten die unseren Hubschrauber gehört und gewartet. Oh ja. Aber es geht eigentlich, muss ich sagen. Es ist zweimal bis jetzt so oder dreimal schlechte Erfahrungen gemacht. Aber dafür, wie oft wir schon hier mit dem Hubschrauber in die Zonen gefahren sind. Das stimmt. Das muss ja auch nicht sein. Aber wo sind die hin? Die müssen doch auch bloß hierher in die Richtung laufen. Die sind ja auch drüber geflogen oder ich weiß es nicht. Ja, aber wohin? Ja, aber wohin? Auch schon. Cool. Hörst du durch den Wald? Auf jeden Fall. Oh, kommt einer von uns. Das ist unser Heli, ja wohl. Das wäre ja geil. Kann mir ja warten. Der kommt hier hoch gegangen. Das ist immer ein paar mehr. Oh, da. Die campen ab, Alter. Diese Arschlöcher. Oh, wir sind da. Oh, wir sind da. Scheiße. Wir können nicht über die Mauer springen. Stacheltrag. Boah. Gegneroscher Hubschrauber. Heiß hier, Alter. Heiß hier, Alter. Machst du das? Wir lünen sie ein. So, jetzt müssen wir auch bleiben. Boah, Alter, hier geht es nur los, ey. Wir gehen hier nach anderen. Bist du das oder bin ich das? Das bist du. Obwohl du gar nicht so richtig im Bus sitzt, aber naja. Das hören die eh nicht. Scheiße. Unsere Leute abgeknallt. Mhm. Sind die alle weg? Ja eben. Du siehst keinen auf der Map. Das war nur ein Heli, der gar keiner mit ist. Ich habe keinen aussteigen gesehen. Naja, aber die schießen nicht auf den Helikopter. Bringt ja nichts. Naja, eigentlich nicht. Dieser Arschlösser. Warum haben die die auf uns geschossen? Na gut, die sind nach uns gekommen. Naja, habe ich doch gesagt. Nach uns und dann hingelegt. Ja. Wir haben ja richtig Glück gehabt euch gesagt, dass die nach uns gekommen sind. Mhm. Definitiv. Oh. Wie? 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 Wenn ich da mitschанию. Schwierig hier. Scheiße. Hier ist ein Loch in der Wand. Der passt jetzt eh gar hinter mir, oder ist das an der Mauer gegenüber? Wird er nicht unsere? Das muss eh noch sein. Oh. Das ist unser. Hä? Ich habe ein blaues Viereck unter mir. Das kann doch gar nicht sein, dass wir unter dir haben. Wieso nicht mal unter dir? Du musst ja drauf sitzen. Ja, irgendwie ja. Hello, man. Irgendeiner ist ja da. Bei deinem sehe ich nicht grün, glaube ich, weiße. Jetzt bist du das auch. Aber wo ist der, der hier war? Okay, ich habe es completed. Ich auch. Hier muss doch irgendwo einer sein. Der hat es also. Ist noch nicht mal was hier zu holen, Alter. Gar nicht. Einfach nicht. Obwohl der Typ hier auf uns gelogen ist. Mir ist er noch gelogen. Das ist 143, 121. Oh, ich schmeiß mal meine Frau hier auch mal weg. Oh, das würde ich noch jetzt. Ach ja, wir haben hier. Ja, nimm. Hier. Jetzt koste ich gleich, ne? Ja, aber die ist schwarz. Meine war blau. Ach so. Du kannst die blaue nehmen, wenn du willst. Nee, ich habe ja einen Brick an. Okay. Du kannst auch die blaue trotzdem mitnehmen. Kannst verkaufen. Ja, wenn ich Platz habe, ja. Kannst du mitnehmen. Hast du dir auch gerade irgendwo gehabt? Ja, ja. Ja, ja. So. Ach, hier ist der Bunker. Ja, da sind die drinnen, ja. Das habe ich im Video gesehen mit dem Bunker. Da waren richtig viele drin und das habe ich gesehen. Ha! Was willst du nicht haben? Gar nichts da. Nichts gibt es hier anderem. Nee. Die Munition war hier. Ein paar. Ja, hier geht es raus. Boah, Alter. Kommt doch bestimmt gleich raus. Das steht übrigens raus von hier. Da kommen wir hier in eine Granate rein. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Okay. Zack. Rein das Ding. Boah, da siehst du überall die Einschüsse. Hat er nicht gebracht. Sieht aus. Hm. So. Äh. So. 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 Zusehen dazu. Bring sie Desinte. Ne? Oh, wir müssen noch irgendwas anderes suchen. Oh, wahrscheinlich. Hm. Da sind wir schon kurz visãoarnaum. Aha. Okay. Das war scheiße. Oh, was war in dem Bunker? Die ist nämlich damals auch reingegangen. Okay. Ich habe nicht vorsitel Tipp gesehen, da lädt ihr den Bunker. Acht, heiler Mann! Da wollte ich nicht rein, aber Dub mal halt. die entdeckung wie die schlitter herumfliegen geil ich höre die stimmen gar nicht hier ich bin drin die sind noch draußen irgendwie höchst die stimmen menschen guck mal, wir haben blaue leute, ich sehe dich nicht, aber die blauen sehe ich oh ja wo bist du jetzt eigentlich? na ich bin im bunker, Alter ich habe gesagt, ich bin drin ach hier dann bist du der eine blaue bist du nicht grün bei mir, warum? ja Türen, kann man die zumachen? ja ich sage, wir können die ja zumachen, die Türen wetter oh hier, ich habe was gefunden okay Tape? ja wo ist es? wo ist es hin? security voltage ja hier oben okay das muss man ja das haben wir ich kann jetzt keiner nehmen das ist der bunker hier 152 121 machen wir die Türen immer zu, dass wir wissen, wo wir waren das gehen, das sind unsere leute hier müsste, hier vorne müsste ein kleiner kommen irgendwo das habt ihr im video gesehen was? er noch? ja, Gegner ich bin hier irgendwo hier ich weiß nicht, hier eine Heißweste aber die kann ich ja nicht nehmen er ist die ganze Box haben wir auch noch so eine Weste drinnen, Alter rucksack hier ist ein Rucksack drinnen ich bräuchte eine Weste normale dass ich die tauschen kann Da habe ich keine gesehen. Ich hole noch eine. Oh, eine DUA1. Bringen sie Intel sauber machen. Hier ist eine Wettnick. Was ist das? Das ist das Kalk, ja. Alter. Na ja, wenigstens war es. Alter, ich habe mich auch schon enttäuscht. Unitar-Komplex. Auf jeden Fall ordentlich, na ja. Kannst du noch ein Saufen bleiben sein, dass wir noch in die Küche. Hier gibt es die Kasse. Jetzt geben wir uns gleich rein. Saufen brauchst du noch ein Haufen. Für Steps. Kein Grund für Leute sein, oder? Nee. Hier sehe ich wieder bloß dich als Blaues und an der Landezone 1. Ja. Voll. Aber wo sind die anderen? Ist es vorhin eben drei Mann da oder zwei Mann? Ja. Was haut doch alles nicht hin hier? Ja. Ja. Machen die einen Lärm, Alter. Mhm. Wie gut. Wenn du noch irgendwo was zu saufen siehst, hat nichts mehr. Ja, ich auch nicht. Sauf ist gerade hier. Ja. Das ist irgendwie Mangelware. Alter, was ist das für ein riesiger Komplex? Ja, das ist ein bisschen großer Bunker. Und ich gehe nur noch irgendwie drei Glas hoch. Wir kommen hier vorne irgendwo raus. Mhm. Ich habe hier Eistee, Energy Drink gefunden, du Schwein. Ich habe es nicht gesehen. Na, dann geh du doch vor. Komm, jetzt wirst du dann ganz auch das erste Trinken finden. Ach, ich habe auch Energy Drink gefunden, ja. Aber weiter, weiter mit dir. Dann kannst du auch looten. Hier höre ich nämlich Stimmen. Ich trinke erst mal Energy Drink, die ich niemals gefunden habe, willst du? Ja. Aber es gibt ja nichts dafür. Also geht es eigentlich doch ins Rappenhaus in den Bunker. Naja, ich will eigentlich zurück und abgeben. Storage End raus. Und Trends. Na, du gehst raus. Ich bin rein als erster. Damit nicht immer ich alles hier alleine mache. Du kommst immer wo es hinterher, wo es gesichert ist. Sollen wir nicht müssen? Ah, Mann. Oh, sind wieder Blaue da. Ja, irgendwie, wenn die da draußen sind, sind Blaue da. Man hört dümmen, man sieht aber keinen. Komisch. Hier vorne müssen die sein. Wieder mit Wacheln. Genau dort, ja. Da wackelt ich gerade ein Bus. Oh, da vorne sind welche. Noch, nein. Alter. Die können uns geschießen und sehen uns gar nicht. Ja, weil die dumm sind. Ich halte dir mal ein bisschen rückenfrei, damit dass einer von oben kommt. Einer ist weg. Weg ist noch einer. Ich bin doch. Mal komm. Ich glaube, trotzdem kann ich nicht. Alter, geil ist es auch. Oh, reicht immer noch nicht. Lebt da noch? Ja, rechts irgendwo. Der Idiot, also das Füßt. Ist ja bescheuert. Der ist rechts runter irgendwo. Oder vielleicht herumgefallen. Springt rüber, du blöder Hund. Oh, ist das ein Scheißer. Eine Fotze, Alter. Der ist tot. Der ist tot. Okay. Hier rechts muss ich eh noch liegen. Leider ist er tot, okay. Das war der. Oh, Alter. Hier liegt ein Rigg. Na ja. Nee, da liegt ein Rigg. Nein, da liegt ein Rigg. Ach so. Hm. Ich muss das mal nicht mitnehmen. Ein Rigg. Wo liegt ein Rigg? Bei dem? Hm. Boah, Alter. Wie soll ich das machen? Da muss ich ja hier... Das kann ich gar nicht... Ach, das ist so heißer. Das kommt... Unsere Heli. Unsere Leute sind da. Kann ich aber nicht durch und das tauschen, Alter. Ja, das ist halt scheiße. Weil du dein Zeug nicht wieder rauskriegst. Das ist dumm. Ich muss ja das trocken. Passt mal. Dann muss ich das hier nehmen. Dann muss ich meins hier rein. Wieso kann ich denn das nicht... Oh, weil hier im Magazin in so einem Sinn warten. Ja, die Binde ist hier. Ja, die kommen gerade, ja. Da erfließen die uns aber auch. Weil sie denken, wir sind Feinde. Ja, ich weh davor, ja. Hey, Mann. It's clear. Le Mange hier. Don't shoot, please. Hi, guys. Verlager im Gras. Ja. Ja, das hat schon gleich gemacht, irgendwie. Oh. Hi. Oh, ich lasse mich zerquetschen. Achtung, das war okay. Was? Du kannst doch auf dem nächsten warten, wenn du willst. Das ist ja nicht unserer. Ja, das ist unserer. Du siehst es bloß nicht, weil er blau ist. Ach so, ja, stimmt. Ja. Das hat mich auch klar. Das hat mich auch закрыt. Bis zum nächsten Mal.